Okay, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Die letzte Folge war kürzer als sonst, knappe 15 Minuten, was daran lag, dass ich auf den Desktop gesprungen bin, als ich mich aufgeregt habe. Ich weiß nicht warum. Ich spiele auch keine Rolle. Wir werden jetzt das nochmal machen. Ich mache es jetzt so lange, bis ich es geschafft habe. Weil das Ding ist halt, es liegt nicht an meinem fehlenden Können. Es ist halt, das kann natürlich jeder sagen, logischerweise, aber jeder, der es gespielt hat, wird wissen, wie beschissen die Steuerung ist. Die ist unglaublich scheiße. Die ist einfach nur richtig, richtig blöd. Ich meine, das mit dem Schießen, okay, ich weiß nicht, woran das liegt, dass er von alleine teilweise schießt, damit könnte ich noch gerade leben. Das klappt ja zum Großteil, aber das mit dem Schwert ist so kacke. Das ist so unglaublich schlecht. Es ist unglaublich, weil es geht ja nicht darum, es wurde mir nicht gesagt, wir müssen den Kopf abhacken, sondern es wurde gesagt, du musst die Puppe treffen. Und wenn man genau durch den Körper geht, durch den Wands von der komischen Puppe, dann hat man sie getroffen, aber es zählt nicht. Man muss irgendwie den Kopf abschlagen und es scheint ein ganz merkwürdiges Timing zu haben. Es ist nervt auf jeden Fall. Mega. Wenn ich langsam reine, habe ich das Problem, dass ich wenig Tempo habe und es dann halt nicht mitnehmen kann, das Tempo. Also, es ist nicht wirklich geil gemacht. Okay. Aber es ist wahrscheinlich auch der Sinn, dass man es logischerweise im Vollsprint macht und nicht langeramer wird. Deswegen, ich finde es an sich halt geil, dass es schwer ist. Das ist geil. Aber es ist halt nicht geil, wenn es schwer ist, weil die Steuerung scheiße ist. Also, weil es quasi, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber weil es schlecht programmiert ist. Also, Witcher 3 und schlecht programmiert, wie gesagt, das passt eigentlich gar nicht. Aber das ist mein Gefühl zumindest, dass es nicht schwer ist, weil es halt einfach eine große Herausforderung ist und zum Beispiel die Zeit zu knapp ist, sondern es ist meiner Meinung nach schwer, weil die Steuerung hier zu kacke ist. Also, nicht die Steuerung vom Pferd, sondern halt einfach mit dem Schlagen und Schießen, das ist komisch. Okay, man scheint relativ spät diesen Schwertschwinger machen zu müssen, damit er nur den Kopf trifft und den halt abhackt. Oh, das hätte ich gedacht, treffe ich nicht, aber okay. Ja, ich scheine jetzt den Dreh raus zu haben, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden. Also, nicht mit der Runde, mit der bin ich natürlich zufrieden, aber so wie es programmiert wurde. Also, es lag auf jeden Fall daran, dass ich es zu zeitig losgelassen habe, aber wie gesagt, wenn ich halt trotzdem die Puppe treffe, egal ob Bauch, dann muss das ja eigentlich zählen. Okay, da scheint es dann wirklich kein Problem mehr groß zu sein, wenn man alles mitnimmt. Oh, zu spät. Ich gehe mal das Risiko ein und lasse es, weil jetzt wieder zurückzureiten würde es so viel Zeit kosten. Müsste ja eigentlich auch bald vorbei sein, oder? Ich dachte schon, das verpassen wir jetzt. Ich glaube, noch was dürfen wir nicht auslassen, dann schaffen wir es bestimmt nicht mehr. War es doch schön, oder? Nein, ist das klar. Kann er schnell genug sein? Die Spannung! Nicht so schnell, Plätze! Was für ein Rennen! Ein großes Abenteuer! Feiern wir! Zünden wir helle Freudenfeuer! Zu Ehren der ruhmreichen Ritter! Habt Acht! Feiern wir nun die ganze Nacht! Um die Teilnehmer zu ehren, wollen wir Folgendes verzehren. Die besten Speisen, die feinsten Weine. Wer noch lebendig, der holt sich das Seine. Gratulation! Hier, nimm deinen Preis. Einen Sattel mit deinem Wappen. Vielen Dank. Übrigens hat mein Kammermädchen gesehen, wie ein weißhaariger Mann aus meinem Zelt geschlichen kam. Du weißt nicht zufällig, wer das war? Keine Ahnung. Wie kindisch. Gratulation zum Sieg! Und was für ein Sieg das war! Ich bereue fast gar nicht mehr, dass ich nicht teilnehmen konnte. Darauf müssen wir trinken. Komm mit zum Fest. Wir warten zusammen auf Vivienne. Geh du voraus. Und? Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substantielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher, sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Ich habe ein paar Hinweise gefunden. Und mir stellt sich die Frage, ob deine geliebte Vivienne nicht eine Bruxa ist. Eine Bruxa? Du meinst eine Vampirin? Ich bin noch nicht sicher. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Auf Vivienne. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen. Auf Vivienne. Als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. So gut kennst du sie doch auch nicht. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ich bestehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling, berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Da du darauf bestehst, ich bin ganz dein. Du sollst noch bitter bereuen, dass du die Armee meiner Mutter einfach verlassen hast. Die Geschichte würde ich aber auch gerne mal kennenlernen. Möge das Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. Drei, zwei, eins. Du sollst es nie lernen. Okay, er hat uns auf jeden Fall auch getroffen. Okay, diesmal hat nur er uns getroffen. Wenn wir uns immer gegenseitig treffen, sterbe ich leider eher. Fuck. Ach, wir können uns heilen. Ach, wie unfair. Das ist richtig geil. Das ist ein geiler Kampf. Das macht Spaß. Oh Gott, wie sinnlos, ey. Vor allem ist es total unfair, dass wir uns heilen können. Aber ich will natürlich gewinnen. Deswegen heile ich mich natürlich, wenn es geht. Oh, ey, ist der Kampf scheiße. Das geht ja gar nicht. Komm her. Gut, gut. Komm, noch ein Schlag. Das tut doch nicht so. Was für ein Scheißkampf, ey. Krass. Oh Gott, war das schlecht. Die Götter haben mich mit einer Niederlage gestraft. Aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind. Aber glaub nicht, dass deine Feigheit vergessen wird. Meine Güte, hörst du nie wieder auf? Das wird jetzt ein für allemal geklärt. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah. Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hat es geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Wieder ein Problem gelöst. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Wenn wir dann gewinnen, müssen wir dann nächstes Jahr ebenfalls wieder an dem Turnier teilnehmen, um uns dann gegen den Herausforderer zu stellen. Folge dir. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Woher hilft sie denn ganz alleine hin? Ich kann erwarten, einen Eid abzulegen und dann in den Kamm. Dieser grauhaarige Typ will ich auf der Suche nach Herren Vivienne. Sicherheit gemacht. Finde Vivienne Mock, nur, dass sie weg ist. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Verschwunden. Einfach weg. Und dann dieser Vogel. Ist sie eine Bruxa? Vielleicht ist sie ja der Vogel. Also das, vielleicht ist der Fluch der Vogel, dass er sich in den Vogel verwandeln muss oder so? Weggeflogen. Ich sollte hinterher gehen. Hoffenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Zumal Vögel in der Nacht eigentlich schlafen und nicht rumzwitschern. Sie hält quasi auch nichts. Jetzt sind wir sogar zu schnell, wie es aussieht. Ah, ich sehe ihn sogar ein klein wenig vor diesem Milliardensternhimmel. Panther, lass mich in Ruhe. Woher fliegt er denn hin? Kann er mal in eine Richtung fliegen? Ich versuche jetzt mal in den Panther zu umgehen, der da ist. Schon wieder einer. In Ruhe. Will dich nicht umbringen, verdammt. Hilfen uns doch beiden nicht. Noch einer. Ist ja alles durchzogen mit Panda, aber die verfolgen einen irgendwie nicht lang, wie es aussieht. Die haben nur einen kleinen Bereich, in denen sie aktiv sind, wie man sieht. Come on. Wahrscheinlich haben die gedacht, dass wir jetzt gegen diese, oder die Programmierer haben wahrscheinlich gedacht, wir gegen die Panther campen und es daher schwer wird, dem Vogel zu folgen, aber ich bin ja nicht so blöd und kämpfe gegen die, wenn ich immer weglaufen kann. Wo geht er denn hin? Oh nein, oh nein, oh nein. Warte mal, kann man hier lang? Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Zu denn, wenn ich auch einfach drüber gehen kann. Was war das denn? Boah, ich dachte schon, ich bin tot. Alter, es ist ja ganz schön weit. Hallo? Komm, ich war da. Wo bin ich denn hier? Ich sehe halt auch nichts, das ist klar. Ich wollte doch keine Katze einwerfen. Hexer. Herrin Vivienne? Du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Du bist also doch keine Bruxa. Eine was? Das war mein erster Verdacht, dass du eine Vampirin bist. Ein paar Details schienen darauf hinzudeuten, aber ich lag falsch. Naja, nicht so wichtig. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht, an diesem Ort, ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Kannst du mir das nicht sagen? Ich weiß es nicht. Du bist verflucht worden. Ich weiß es noch nicht. Bisher weiß ich nur, dass du keine Gefahr darstellst. Hoffentlich weiß ich bald mehr. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mach ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin? Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne? Such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage? Wirst du schweigen? Du hast nichts zu befürchten. Ich schwöre beim Raya. Komm drauf an, was du zu sagen hast. Du hast nichts zu befürchten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und so mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen. Denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magien. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für allemal Ade sagen. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Du lehnst meine Hilfe aber schnell ab. Ist eigentlich eine dumme Aussage, aber ich nehme sie trotzdem mal. Ich wisse mir, was er sagt. Du lehnst Hilfe aber schnell ab. Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer. Ich will nichts mehr davon hören. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen. Es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. Sieben Jahre. Ich verstehe. Jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir sieben Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Klar. Gerne. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Das mache ich ein Ding. Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Hm, interessant. Komm! Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Das war wirklich recht interessant. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle der Frau nicht einfach als Vogel weiterleben würde, weil sie will ja, sie wird ja kein kleiner Vogel, sondern sie wäre dann bloß eine vogelartige Kreatur. Das war eigentlich ganz geil. Und ich hatte recht, sie war kein Mensch, oder kein richtiger Mensch. Ich hatte dann zwar gedacht, sie wäre ein Werwolf, aber mein erster Gedanke war ja, dass sie kein Mensch ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxes. Tschö, tschö.